Jo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute dabei bist bei einem Tag und ich glaube, da stimmst du mir zu, den du wahrscheinlich so schnell nicht vergessen wirst. Der heutige Tag, das war ein sehr emotionaler Tag, wie ich finde und ich werde dir ganz ehrlich sagen, es war für mich persönlich heute einer der spannendsten, interessantesten und irgendwo auch schönsten Börsetage überhaupt, weil wir gerade an einem unglaublich emotionalen Punkt sind, wo auch psychologisch total spannend ist, wie wir jetzt weitergehen. Vielleicht zunächst mal ganz kurz in mein Depot geschaut. Du siehst, ich bin hier überall im Roten für ETF, wie auch den Nasdaq zum Beispiel, teilweise brutal krasse Abstürzen mit 2,44 Prozent. Also wir reden hier von Weltunternehmen, die in einem Paket mit 100 bis 200, 300 Aktien, also Einzelwerten in einem Fonds zusammengeschnürzt sind. Das ist schon irrsinnig viel, wenn man überlegt, dass es die ganzen letzten Zeit eigentlich nur bergauf gegangen ist und plötzlich alles in den Keller rauscht. Und du wirst dich jetzt fragen, hä, bist du verrückt? Wie kannst du das schön finden, toll finden? Und ich sage dir eins, ich finde es deshalb interessant, weil ich persönlich jetzt die Strategie habe, ich habe in ETF investiert und einen Sparplan und mir kann es scheißegal sein, wie die Kurse sind, weil ich langfristig jetzt eben erhoffe, dadurch Gewinne einzufahren. Beim Trading ist es umgekehrt. Beim Trading sind die Emotionen schlecht. Das habe ich schon oft gesagt. Die Gier frisst dein Gehirn, dein Verstand und die Angst, die lähmt dich. Du kannst nicht agieren bzw. triffst falsche Entscheidungen. Und deswegen, wenn man nicht traden muss und einfach nur warten muss, ist es Weltklasse. In meinem Fall, was kann Besseres passieren? Ich habe gerade angefangen zu sparen und wenn es jetzt wirklich einen Crash geben würde von 50 Prozent, wäre das ja in diesem einzelnen Fall super. Für meine anderen Depots, Aktien etc., auch Kryptowährungen, die heute runterrauschen, ist es natürlich scheiße. Aber in dem einzelnen Fall ist es super. Wenn du neu an die Börse kommst, warte noch ein bisschen ab, falls es noch weiter runter geht und es wird noch weiter runter gehen, rein. Perfekt. Und wenn du gerade das angefangen hast und denkst dir, boah, scheiße, jetzt habe ich so viel investiert und plötzlich geht es vielleicht bergab. Egal, weiter. Es werden wieder rosige Zeiten kommen. Zunächst vielleicht mal die Frage, warum ist das denn heute so bergab gegangen? Was ist überhaupt los? Und da gibt es eben eigentlich nur eine Erklärung und es liegt eben an dieser neuen Corona-Mutante bzw. Variante, so muss ich sagen. Diese Variante B11529, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das ist eben jetzt eine Variante, die in Südafrika gefunden wurde. Die ist jetzt im November erstmals in Botswana aufgetaucht und dann eben in Südafrika nachgewiesen worden. Und es gibt jetzt aber auch schon Fälle vereinzelt in der ganzen Welt. Und das Problem ist einfach, dass die Corona-Viren ja eine Oberflächenschicht haben. Du kannst dir das vorstellen wie so eine Seeigel oder so ein Massageball, wo eben außenrum sowieso Stacheln haben, diese Spike-Proteine. Und die können eben beim Menschen an den Zellrezeptoren binden und daher ist eben auch die Idee, dass man nach der Impfung eben Antikörper bilden soll, um quasi nicht mehr diese oder dass die Corona-Viren nicht mehr binden können. Im Endeffekt kannst du dir das so vorstellen, du hattest ja früher bei den Rittern eben die Feinde, so wie jetzt das Corona, der Feind vom Mensch ist, waren damals eben die Feinde andere Ritter, andere Menschen. Und die hatten eben zum Beispiel Pfeil und Bogen, die hatten als Beispiel die Schwerter oder Lanzen. Und dann haben die Menschen gesagt, okay, wir müssen uns anpassen, wir wollen nicht sterben. In unserem Fall ist die Anpassung jetzt eben eine Impfung. Und damals war eben die Anpassung ein Gerüst, also eine Ausrüstung, eine Panzerung. Und genau wie die Corona-Impfung ist auch eine Panzerung nicht ohne. Bei der Corona-Impfung kann es viele Nebenwirkungen geben. Das Immunsystem kann zusammenbrechen. Man kann sich schlecht und schlapp fühlen. Manche sind davon angeblich gestorben. Und genauso ist es ja mit einer Panzerung. Du bist nicht mehr so mobil. Du hast an manchen Stellen auch immer noch die Möglichkeit, dass du sehr verwundbar sein kannst. Du hast viel Gewicht, brauchst mehr Energie und so weiter. Und die Mutante letztendlich, die jetzt in Südafrika entdeckt worden ist, die hat eben Veränderungen in dieser Oberflächenschicht. Das heißt, sie kann prinzipiell den Menschen auf andere Art und Weise wieder zum Verhängnis werden, in dem eben die Zellrezeptoren binden können, weil es eben Veränderungen sind. Also Mutationen sind einfach Veränderungen im Genom, im Erbgut, die eben spontan zufällig entstehen als Anpassung. Und dann kann man sich das eben auch so vorstellen, wie die Ritter irgendwann haben sich angepasst über die Jahre, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, beziehungsweise dann die anderen Feinde. Die haben dann irgendwann von den Pfeil und Bogen eine Armbrust und irgendwann kam es eben ein Revolver. Und wenn du jetzt natürlich zu einem Schusswechsel kommst und hast eine Panzerung an, wie im Mittelalter, dann wirst du natürlich gnadenlos untergehen. Demnach musst du dich natürlich wieder anpassen. Diese Anpassung ist zum Beispiel eine schusssichere Weste. Und genau so ist jetzt natürlich die Frage, müssen wir uns jetzt wieder schützen vor dieser neuen Variante mit neuen Impfungen und so weiter und so fort. Und da besteht eben viel Uneinigkeit. Es gibt schon wieder große, massive Ausgangssperren hier und da. Es wird wieder Panik geschürt. Und das Problem ist jetzt letztendlich, dass viele, 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 viele Menschen wieder Angst haben um ihr Hab und Gut. Und sie erinnern sich genau zurück an, ich sage jetzt mal Anfang 2020 bis hin zu März 2020, wie damals alles angefangen hat. Und jetzt will ich eigentlich auf den eigentlichen Punkt kommen. Genau das finde ich heute spannend, weil die Menschen sich letztendlich genau so verhalten, wie sie sich damals verhalten haben. Was heißt das letztendlich? Sie haben wieder Angst um ihre Freiheit, Ausgangssperrendrohung. Es gibt wieder Unsicherheit. Das Geld wird rausgenommen. Also bei uns in Deutschland geht man davon aus, dass es bald wahrscheinlich wieder kein Toilettenpapier und keine Nudeln mehr gibt. Kein Mehl, whatever. Und bei den Aktien ist es wie damals alles, fast alles, wie ich dir gleich zeigen werde, geht runter. Aber was brauchen wir jetzt eventuell am meisten? Wir brauchen eben diese Impfungen oder neue Impfungen, was eben nicht klar ist. Es gibt natürlich auch renommierte Wissenschaftler, die jetzt schon sagen, hey, hoppla, Ballflach halten. Es sind nur ein paar leichte Mutationen eben da. Das ist nicht viel anders wie die Delta-Variante, wo es eben acht Mutationen an den Spike-Proteinen gibt, sondern hier soll es nur zehn geben. Und die ganz normalen Impfungen, die sollen das auch abhalten können. Die Menschen sind aber natürlich skeptisch und genau das ist der Punkt. Sie haben Angst und gehen wieder in alte Muster. Und jetzt komme ich wirklich auf den eigentlichen Punkt und ich finde es mega spannend, das zu beobachten als Außenstehender, der eigentlich mittendrin ist. Und das so wahrzunehmen. Und jetzt kann man ja eigentlich schon wirklich so sich vorstellen, was passiert. Du nimmst quasi alles raus, wenn du Angst hast, aber du glaubst eben, wir brauchen neue Impfstoffe. Also investierst du jetzt letztendlich in Unternehmen, die uns retten könnten. Ob sie gut sind oder schlecht sind, scheißegal. Wir gehen einfach in die rein, wo damals schon gelaufen sind. Und jetzt gucken wir mal runter. Wir überspringen mal jetzt meine ETF. Die spielen keine Rolle. Ich sage dir auch, die Neptune Digital, die Big Digital etc., die ich dir heute zeigen wollen, die kann ich dir auch noch nächste Woche zeigen. Das ist letztendlich scheißegal, weil das jetzt wichtiger ist, weil es da wirklich ein neuer Crash droht. Und schauen wir uns mal an. Grün und Rot. Grün sind jetzt alles Unternehmen, die entweder was mit Impfung zu tun haben oder die etwas zu tun haben, zum Beispiel mit Mundschutz, mit Schnelltests und so weiter. Trägerwerk Nano Repro kennt man. Und wir schauen uns die anderen an. Da habe ich jetzt viele dabei, die sind aus dem Bereich Reisen. Reisen werden ganz knallhart bestraft, wenn es jetzt eben wieder Drohungen gibt seitens der Politik, Ausgangssperren zu verhängen. Fraport, klar, hier minus 10 Prozent. Lufthansa hatte zeitweise, ich weiß nicht, ob sie es jetzt wirklich hatten. Also der Tag ist ja, na gut, okay, der Tag müsste 17.30 Uhr zu Ende gewesen sein an der deutschen Börse. Ob das wirklich seit 1991, seit 30 Jahren der schlimmste Tag war, gemessen am prozentualen Verlust für die Lufthansa. Ja, habe ich jetzt kein Ergebnis, aber das ist brutal. Ich habe hier mal ein Beispiel genommen, die BASF, dass ich einfach auch dir zeigen kann, wie gut es eigentlich ist, dass eben so ein Riesen-Weltunternehmen, das mit knapp 60 Milliarden am Markt kapitalisiert ist, heute aber auch einen riesengroßen, ja riesig Federn lässt und dir natürlich auch die Möglichkeit gibt, wenn es eben nächste Woche wieder grün bergauf gehen sollen, hier, dass du eben einen schönen Tipp hast, wo du schön reinbuddern kannst. Aber ich bin der Meinung, ich wiederhole es gerne, ich bin weder Finanzberater noch Crash-Prophet, noch habe ich eine Glaskugel, aber ich bin mir sicher, dass es die nächsten Tage noch weiter bergab gehen wird, weil jetzt momentan reagieren die Menschen emotional und ich habe dir erzählt, was ich von Emotionalität halte. Beziehungsweise natürlich handelt nicht jeder emotional, bei einem Crash gibt es eben ein paar, die handeln emotional und ein paar, die handeln, oder ein paar wenig klug mit viel Geld, handeln hoch rational, ja. Das heißt, die warten vielleicht ab, gehen raus und gehen wieder rein oder die warten jetzt erst und warten und warten und gehen dann knallhart rein. Andere gehen dann wieder hinterher und dann gibt es vielleicht diesen Double-Dip, das heißt, wie so ein Jojo-Effekt, es geht kurz hoch und dann wieder bergrunter. Also jetzt ein mega, mega, mega spannender Augenblick und ich kann wirklich nur sagen, ich finde es faszinierend, dass es besser als jeder Film, der je gedreht wurde, da zuzugucken und dabei zu sein und das sich anzugucken und einfach weg von Emotionen zu gehen. Das Geld geht zwar runter, aber das kommt auch wieder, das ist eine Momentaufnahme, das ist wirklich nur ein eigenes Standbild in einem ganzen Kinofilm und das Wichtigste ist, dass das Kinofilm dir am Ende gefällt und scheißegal, ob jede einzelne Szene dir gefällt, darum geht es letztendlich beim Investieren. Und wir schauen jetzt aber mal weiter, BASF, wie gesagt, das war jetzt nur meiner Meinung nach, dir zu zeigen, dass es eben momentan richtig günstig sein kann, in irgendwas zu investieren, was einen richtig guten Mehrwert hat, wie BASF, also wo langfristig bestimmt auch noch bestehen wird. Wir haben hier Unternehmen, die ich teilweise auch noch nie gehört habe aus der Reisebranche. Hier Valneva, das habe ich heute von einem lieben Zuschauer bekommen. Vielen Dank dafür, den Tipp, dass er eben seinen Arsch gerettet hat heute, also sprich, dass der Tag gar nicht so schlecht war aus Performance-Sicht. Carnival ist wahrscheinlich der große Verlierer heute mit minus 13,08 Prozent. Der Nasdaq 100, gut dreifach gehebelt. Den MSCI World Healthcare mit minus 1,86 finde ich mega interessant. Da sind eben auch nicht nur Pharmafirmen drin, sondern da sind eben auch viele Unternehmen drin, mit zum Beispiel Thema, ja, auch in der Gesundheitsbranche, Versicherungen etc. Und die sind natürlich heute auch schwerer betroffen. Zumal es natürlich auch einige Pharmafirmen gibt. Ich nenne jetzt als Beispiel mal Appwee. Die sind heute auch runtergerauscht, weil die jetzt nicht wie zum Beispiel Pfizer positiv eben in Verbindung gebracht werden mit Rettung der Welt, in Anführungszeichen, vor der bösen Mutante aus Südafrika. Schauen wir uns mal an Airbus heute, die haben auch zweistellig Minus gemacht. Die Shop-Apotheke, das ist eben genau das, was ich meinte, dass es damals eben, als noch so alles schlecht war, als die Krise angefangen hat, da ging es bei der Shop-Apotheke hoch und ein neuer Stern ist im Himmel aufgestiegen. Und das war eben brutal. Und man sieht jetzt oder hat das Gefühl, vielleicht ist es wirklich nur eine Momentaufnahme, aber dass jetzt alles wieder kommt. CureVac ist letztendlich am Boden gewesen. Wie Phönix kommt es vielleicht wieder aus der Asche oder hat die Möglichkeit, also heute 11 Prozent, also als Anleger, die irgendwie noch die leise Hoffnung haben. Für euch ist es natürlich heute wie ein Sechser im Lotto. Vielleicht geht dann noch irgendwas und vielleicht ist ja der Impfstoff, der damals auch nicht so die große Wirksamkeit hatte, plötzlich für die Mutante, die passende Lösung. Das kann ja auch sein. Das war zwar mega zufällig, aber wer weiß. Airbnb geht bergab. Und ich habe jetzt hier noch weiter Biontech, ein Riesengewinner heute. Gleiches gilt auch übrigens für Moderna mit 20,31 Prozent. Novavax, die genau steigen. Auch Pfizer hängt hinten drin. Aber du siehst, alles, was rot ist, hat mit Tourismusbranche zu tun. Und alle anderen, wie Innovio Pharma, gut, die hatte ich schon mal besprochen, aber es gibt auch einige, die kenne ich jetzt nicht. Lakeland Industrious, die habe ich noch nie gehört. Oder Full-Chain Genetics, Evoke Pharma. Das sind Unternehmen, schau dir sie mal ruhig an. Ich kenne sie nicht persönlich, habe ich die einfach heute nur mehr ausgewählt, weil ich die mega interessant fand von den Zahlen her. Was die können oder nicht können, weiß ich nicht. Hier zum Beispiel Contra Fact. Mega interessant, auch mit 120 Millionen am Markt kapitalisiert. Und die Analysten geben denen von 5,79 Euro bis 20,49 Euro eine Einschätzung. Also auch das könnte megamäßig spannend sein. Also auch ein biopharmazeutisches Unternehmen. Und ich denke, das hat heute halt auch irgendwelche Anleger, Hasardeure, Glücksritter angezogen, die da eben spekulieren, dass das eben die große neue Chance wird, auf was auch immer. Schauen wir uns noch an, Wynn Resorts auch hier mit minus 8,39 Prozent Touristikbranche eben. Also du siehst heute, es ist eben wieder so eine Wiederholung von vor ungefähr einem Jahr und acht Monaten. Und das finde ich eben so mega spannend. Und man sagt es nicht umsonst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn man wirklich angstfrei ist, wenn man die Cashreserven hat und vor allem, wenn man eine glasklare Struktur und ein System hat und weiß, was man will, wie man will, dann kann man jetzt natürlich in diesem Moment richtig schön Patte machen. Also in diesem Sinn, vielleicht hast du es auch genossen, vielleicht hattest du heute oder hast immer noch Schweißperlen auf der Stirn. Ich kann dich ermutigen, bleib ruhig und warte auf die nächste Tage ab. Meine persönliche Meinung ist, wir erleben eine Korrektur oder mehr von mindestens 10 Prozent. Ich hoffe natürlich selbst, dass ich Unrecht behalte, denn ich möchte wie du, wie jeder andere auch, dass die Kurse weiter steigen. Ich persönlich möchte auch die offenen Grenzen. Ich träume von der Weltreise und das ist natürlich mir auch ein kleiner Hinkelstein, der jetzt auf meine Schulter gebunden wird. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich rechne damit, dass das jetzt noch ein bisschen die nächsten paar Tagen, vielleicht sogar Wochen bergab gehen wird und nicht so easy peasy weitergehen wird. Aber wie gesagt, ich bin kein Finanzberater und hoffe natürlich, dass ich selbst nicht recht behalten werde. In diesem Sinne, schreib mir in die Kommentare, was du davon hältst. Was ist deine Meinung? Wie wird es weitergehen? War das ein eintagiger Ausrutscher, der keine Konsequenzen hat? Oder glaubst du, dass da mehr hinter dieser Variante B.1.1529 stehen kann? In diesem Sinne, schönes Wochenende und bleib gesund!